ähm bisschen eng will nix machen wieso nicht auf all die altmodische art das glaube ich jetzt nicht wollen wir mal speichern und probieren ja probieren wir es mal ich habe ein problem aber das ist der einzige weg warte wir haben schon mehrmals deswegen getäuscht von daher ja ich finde ich auch das ist schon richtig da aber komm her und lass uns loslegen jo david hat sich das thema erledigt da bist du wieder bei dem komischen piep gerät piepst sich da einen ab hallo kommst du du gehst nicht auf ok du musst da hoch da geht es auch da geht es auch und dann am besten den alarm ausstellen ja weg mach das licht aus und knipst das licht ab hier habe ich ein magnet in mir oder bist du da das bin ich warte noch bitte geht wieder der geht wieder ja ich habe sonstiges nichts gemacht ok das ding über uns hat geschossen hm ok das ding ist mies ich werde es dann mal blockieren ja sobald ich jetzt jones weg gut so du musst dich aber sehr beeilen ok beeil dich beeil dich beeil dich beeil dich beeil dich einfach beeil dich jones schnell mach es aus es gibt kein ausknopf oder siehst du irgendwo ein beeil dich wollen wir nicht erst speichern ähm ich weiß nicht ob das jetzt nicht schon zu spät ist beeil 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 Äh, was war'n dat jetz? Gut. Nein, doch, nein, oh man. Beeil dich einfach. Wieso machst du das eigentlich immer so früh? So, ich hab's. Nein, nein. Das Ding trifft dich nicht. Keine Sorge. Könntest du bitte kurz, das Ding ist über mir. Ja. Hab' ich. Jones. Nein. Es schiebt mich weg. Was? Ey, man kann's auch noch brutaler machen. Okay. Ähm. Immerhin haben wir A und B und 2 und auch C und D. Und was hast du? Warum bist du da? Ich weiß nicht. Also ich mein' nicht ehrlich, dass du durchgehen solltest. Ja, ich bin durchgegangen. Ich bin doch durch. Jetzt. Ja. Äh, warte. Schnell, 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 schnell. Jetzt komm' schnell durch. Bist du hinter mir? Bist du hinter mir? Ja. Wo bist du? Ja, ich bin neben dir, Mann. Pff, klar. Klar. Alles klar. Egal, lass' mir erstmal. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Kein Bock mehr. So. Seit wann gibt's das hier Headshots? Keine Ahnung, der hat keinen Helm auf. Inhand der Blaupausen. So, warte. Warte, 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 warte. Erst noch mal speichern. Oh, keine Fall. An der Decke erreichen. Aha, eine Falltür. Eine Falltür, also. Oh. Oh. Ich erkenne den Sinn darin nicht, aber okay. Welchen Sinn? Ach, nichts. Ich kann nicht aufmachen, wenn du hinter mir stehst. Wie in Rainbow Six Vegas. Sowieso. Ist das vielleicht jeder der Engine? Au. Hä? Ja, es ist... Äh, da sind Typen. Es ist halt, äh, auch von Ubisoft. Ich weiß nicht. Ist Ubisoft wirklich besser als Electronic Arts? Also vom Marketing her auf jeden Fall. Ansonsten von Spielen her... Geschmackssache. Wobei's Marketing ist eigentlich von allen scheiße. So, warte. Warte. Nicht. Jetzt. Jetzt. Schnell. 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 Ich wurde gefressen. Jawoll. Speichern. Genau. Das wär jetzt auch mein Gedanke. Hey, ich glaub, das hab ich schonmal gesagt heute. Das wär jetzt auch mein Gedanke gewesen. Das wird ein extra langer Part oder besser ein... Also bei dir ein extra langer. Ja, geht wahrscheinlich zwei Stunden. Ähm... Fähig. Teilig. Schnell. Ich bin sicher, dass ich gar nicht niemand gesehen habe. Aber das heißt, es gibt hier ein blickiger Waffe. Ja. Ja. Oh, wie geil. Ja, ohne Ahnung. Ich werd einfach tot. Ich werd einfach tot. Schnell. Hm. Also da unten hat's auch... ...ein Ding, ne? So'n... ...durchkrabbeltunnel. Wo ist's? Wo? Da rechts, ja. Oh. Ah. Gehen wir mal durch. Ist vielleicht nicht so schwierig. Tolles Licht hier unten. Okay, dann... musst du dich einfach verdammt beeilen und den Typen ausschalten. Nein. Oder. Oder. Wir warten bis der Typ weg ist. Genau. Gehen wir in die Treppe hoch. Nein, zurück. Da ist der Typ. Wird der Pistole. Okay, weiter. Nein, zurück. Er kommt zurück. So, heute geht mal gar nix. Ich würd ihm so gerne... Aber nö. Lass' wir mal. Soll' wir nicht erst speichern? Hm. Ja. Also... ... Er wurde noch etwas...